Wir sind jetzt hier auf dem Festival hier in Andernach und wir sind mal gespannt, wie Essex so wird. Deswegen sind wir auch hier und ja, werden wir mal gerade gucken, gehen mal ein Bierchen trinken und gehen in Essens gucken. Da ist der Husky von Isarstown und wir trinken jetzt mal schön spritziges Bierchen. Da ist der Husky von Isarstown fast. Leise ist der Husky von Isarstown. ... ... ... ... Und äh, und öffnen, wo wir jetzt mal ein Tischtenkampf haben. Und... Es ist ein Battle Victory! Das ist ein Battle at me! So Jochen, Esfix ist fertig. Ja. Wie war der Abend für dich? Äh, es war spritzig, ja. Äh, wir haben ähm, ziemlich viel Bier getrunken und haben Esfix abgefeiert. Das war schön. Ich schaue mit dem Husky von Disaster. Ähm, mit dem Schlagzeug von, ähm... Esfix. Auch. Demnächst, irgendwann. Und äh, ja, das ist schön. Wir sind am Start. Aber du bist noch Stocknüchter. Ich bin der nüchterste Mensch, die uns jemals gegeben hat. Da ist, hör auf. Bir goes! Ich Individuale schon. Genau, das ist möglich. Tiefen blanken, ne zuvor. Ximil tender. Können sie auch hier暇 herum. Vielen Dank.